Hallo Bach, was bedeutet es erstmal Ihnen, dass Sie heute Abend diesen Preis hier bekommen? Ja, viel. Preise ist ja immer was Schönes. Das ist ja uneingeschränkt. Gegen die meisten Dinge kann man ja irgendwas haben in unserem Beruf. Entweder in der Rolle, es ist zu viel Text oder zu wenig Text oder irgendwas. Der Film ist nicht gut genug oder so. Aber Preis ist einfach immer was Schönes. Sie werden ja als bester Schauspieler ausgezeichnet. Was ist für Sie das Tolle an diesem Beruf? An meinem? Ja. Ja, also es hat mir, seit ich klein bin, seit ich zehn Jahre alt bin, einen großen Spaß gemacht, mich in andere Leute zu versetzen und Situationen nachzuempfinden und natürlich auch schöne Geschichten zu erzählen in diesem Zusammenhang. Und natürlich, wenn man eine Begabung hat für etwas, macht das gleich noch mehr Spaß. Also es ist wie beim Skilaufen, wenn man gut Ski fährt, dann ist das ein Vergnügen. Wenn man personlos auf die Fresse fliegt, dann nicht. Gibt es eine schönste Zeit in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das war der Wahnsinn? Nee, würde ich nicht sagen. Es ist, sagen wir mal, entscheidend ist, glaube ich, die Zusammenfassung der Zeit. Das ist ja sowieso alles relativ. Wie Einstein ja schon gesagt hat, die Annahme, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in einer Reihenfolge stattfinden, ist ein Irrtum, wenn auch ein Hartnäckiger. Insofern ist, glaube ich, ich sage immer, alles zu seiner Zeit. Man sollte so ein Leben führen, was erstmal abwechslungsreich ist und dann auch immer so ein bisschen dem Alter entspricht, wenn es geht. Das heißt, nicht mehr mit 70 Jahren in Diskotheken gehen oder mit Rollerblades rumfahren und mit 12 nicht rauchen, wenn es geht. Was braucht es, um schwierige Zeiten? Oder wie haben Sie schwierige Zeiten überstanden? Ja, der Überlebenswille, der hält dich schon am Leben irgendwie. Klar, wir haben alle schwierige Zeiten. Es gibt kein Leben ohne Aufs und Abs. Aber da sind wir ja von der Evolution gut ausgestattet, dass der Mensch oder alle Lebewesen über einen großen Überlebensbetrieb verfügen. Eine letzte Frage noch. Welche Träume wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen? Das habe ich noch nie gemacht. Ich lasse das auf mich zukommen und da bin ich ganz gut mitgefahren eigentlich.